Hallo, mein Name ist Andreas, ich bin 23 Jahre alt und studiere Physiotherapie. In diesem Video, eines von mehreren Videos, die im Rahmen des interdisziplinären Projekts XITE entstehen, geht es um die Volkskrankheit Arthrose, insbesondere der Arthrose beim Hüft- und Kniegelenk. Zugehörig dazu werdet ihr einiges über den Knochenstoffwechsel hören. Ich werde euch dabei Infos und Therapiemöglichkeiten aus physiotherapeutischer Sicht geben. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Alexandra, ich bin 20 Jahre alt und studiere Diätologie. Wir sind beide aus dem vierten Semester und die Videos werden gedreht im Rahmen der Lehrveranstaltung Projektmanagement. Ich werde dabei den Part der Ernährung übernehmen und wir wünschen euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, nochmals hallo. Wir werden jetzt mit der Präsentation beginnen. Da möchten wir euch einfach einen kurzen Einblick geben darüber, was ist Arthrose, wie entsteht Arthrose, welche Symptome haben Arthrose-Patienten und welche diätologischen und physiotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Zugehörig dazu möchten wir euch dann noch etwas über den Knochenstoffwechsel erzählen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch noch kurz ein paar Hard Facts liefern darüber, wie weit verbreitet eigentlich Arthrose ist und welche unglaublichen Belastungen der Gelenksknorpel aushalten muss. Grundsätzlich ist es so, Arthrose ist die häufigste Gelenkserkrankung weltweit. Besonders Personen, die konstant über einen langen Zeitraum an Gewicht zunehmen, haben später ein signifikant erhöhtes Risiko, einen künstlichen Kniegelenksersatz zu benötigen. Bei Männern wird dieses Risiko mit 26% angegeben und bei Frauen sogar mit 43%. Übergewicht ist deshalb so problematisch, weil jedes zusätzliche Kilo Körpergewicht ca. 3-fach auf das Kniegelenk wirkt. Und in einer Studie hat man beispielsweise herausgefunden, dass bei adipösen Frauen, die das Körpergewicht um ca. 5 Kilo reduziert haben, die Symptomatik um bis zu 50% ihrer Kniegelenksarthrose nachgelassen hat. Man sieht also wirklich die Gewichtsreduktion ist ein essentieller Teil in der therapeutischen Behandlung der Arthrose. Jetzt möchte ich noch kurz zur Gelenksbelastung etwas sagen. Und zwar haben Personen, die einfache, korrekte Kniebeuge machen, in einem Winkel von ca. 80 bis 105 Grad, Gelenksbelastungen von ca. 250% des eigenen Körpergewichts. Und beim Treppenhinuntersteigen kommt sogar zu Belastungen von ca. 350% des Körpergewichts. Man sieht also, der Gelenksknorpel muss wirklich unglaubliche Belastungen aushalten. Und man kann sich daher gut vorstellen, dass es eine gut funktionierende und kräftige Muskulatur benötigt, die den Gelenksknorpel dabei unterstützt, die Belastungen wirklich abzufangen und zu reduzieren. Arthrose ist eine oftmals schmerzhafte Gelenkserkrankung, die mit einer Degeneration des Hyalinen-Gelenksknorpels einhergeht. Dieser Hyaline-Gelenksknorpel überzieht das Knochenende und hat seine Funktion als Schutzschicht und als Stoßdämpfer für die Knochen, die ein Gelenk bilden. Die Knorpelschicht ist nicht innerviert und nicht durchblutet. Das bedeutet, wir können über den Knorpel eigentlich keine Schmerzen wahrnehmen und es gibt kaum Regenerationsfähigkeit. Der Gelenksknorpel ist ca. 2-5 mm dick und wird in 4 Zonen eingeteilt. Eine weitere wichtige Funktion des Gelenksknorpel ist es, gemeinsam mit der Gelenksflüssigkeit für eine reibungslose Bewegigkeit zu sorgen. Der Knorpel wird über physiologisches Be- und Entlasten ernährt und nicht über die Durchblutung, weil es ja keine gibt. Durch mechanischen Druck und Reibung kommt es dann eben zur Ausdienung des Knorpelmaterials und zum Altern und Absterben der Knorpelzellen. Wie wir bereits erwähnt haben, ist die physiologische Be- und Entlastung extrem wichtig für den Erhalt und für die Ernährung des Knorpels. Jetzt ist es aber so, dass adipöse Personen einerseits das Problem haben, aufgrund ihres Körpergewichts den Knorpel mechanisch zu viel zu belasten. Andererseits fehlt ihnen aber oft die physiologische Be- und Entlastung. Das bedeutet, es entsteht ein Missverhältnis von Be- und Entlastung. Grundsätzlich unterscheiden wir eine Primäre von der Sekundären Arthrose. Die Primäre Arthrose bezeichnet eine idiopathische Arthrose, oftmals bedingt durch ein biologisches minderwertiges Knorpelgewebe ohne vorhergehenden Trauma oder ähnlichen. Patientinnen und Patienten, die eine Veranlagung zur Entstehung einer solchen Primären Arthrose haben, müssten die Risikofaktoren wie Übergewicht und Bewegungsmangel besonders berücksichtigen. Bei der sekundären Arthrose hingegen gibt es eine Erkrankung oder Verletzung im Vorhinein, wie zum Beispiel eine Fraktur eines Gelenks oder ein Kreuzbandriss. Als Fazit dieser Folie kann man sagen, wir können die Entstehung und den Verlauf einer Primären Arthrose durch die Reduzierung der Risikofaktoren positiv beeinflussen. Am Beginn einer Arthrose steht oft ein lokaler Knorpelschaden, der sich über vier Stadien erstreckt und oft durch Fehl-, Falsch-, Überbelastung oder durch eine Verletzung entsteht. Das Endstadium, ein generalisierter Knorpelschaden, wird dann erst als die eigentliche Arthrose bezeichnet. Zum Beginn dieses Prozesses klagen viele Patientinnen und Patienten oft über Anlaufschmerzen und mit weiterem Fortschritt der Erkrankung kann es dann zu Belastungs- und Ruheschmerzen kommen. Diese Schmerzen treten vor allem dann auf, wenn der Knorpel zu stark beschädigt ist und er seine Stoßdämpferfunktion nicht mehr ordentlich erfüllen kann. Dadurch erfährt das Knochengewebe darunter eine vermehrte Belastung und der Knochen im Gegensatz zum Knorpel eine sehr gut innovierte Struktur ist, zeigt sich diese dann für den typischen Schmerz verantwortlich. Zeigen sich also diese typischen Arthrose-Schmerzen, empfiehlt es sich, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen und in weiterer Folge eine Physiotherapeutin, um die Progression der Arthrose positiv zu beeinflussen. Zum Abschluss dieser Folie möchte ich aber noch sagen, dass Knorpel-Degenerationen sich ein physiologischer Prozess ist. Ein pathologischer Prozess ist es aber, wenn es dabei zu starken Schmerzen kommt oder die Lebensqualität stark darunter leidet. Ebenso wäre es ein pathologischer Prozess, wenn die Arthrose in jungen Jahren auftritt, so wie es leider durch die Risikofaktoren wie Übergewicht und oder zu wenig Bewegung begünstigt wird. Arthrose-Patientinnen und Patienten klagen natürlich primär über Schmerzen. Warum das ist, lässt sich eigentlich mit einem Röntgenbild ganz gut darstellen. In erster Linie kommt es einmal zu einer Verschmälerung des Gelenksspalts. Diese Verschmälerung tritt deswegen auf, weil der Knorpel sukzessive immer weniger wird. Und darum kommt es auch zu einer Verdichtung des darunterliegenden Knochens in diesem Bereich. Dies ist im Prinzip auch eine Reaktion des Knochens auf die vermehrte Belastung, weil ja der Knorpel immer weniger wird. Zusätzlich haben Patienten oft Bewegungseinschränkungen und es kommt zu Gelenksinstabilitäten. Diese Instabilitäten würde man auch in einem Röntgenbild ablesen können. Und zwar bildet der Körper sogenannte Randsacken aus. Das ist nichts anderes als eine Reaktion des Körpers auf das instabil gewordene Gelenk. Und zwar versucht der Körper hiermit wieder Stabilität ins Gelenk zu bringen und ein bisschen den Druck von der Knochenoberfläche zu nehmen. Wie bereits vorher erwähnt wurde, ist für den Erhalt und für die Ernährung des Knorpels das physiologische Be- und Entlasten essentiell. Da aber die meisten Arthrose-Patientinnen und Patienten Schmerzen beim Belasten haben, werden sie oft inaktiv und dem Knorpel fehlst mit dieser physiologische Be- und Entlastungsreiz. Daraufhin wird das Knorpelgewebe noch schlechter ernährt und die Belastungsfähigkeit sinkt weiter. Es entwickelt sich also ein gewisser Teufelskreis. Die Physiotherapie möchte diesen Teufelskreis unterbrechen, indem man versucht in erster Linie die Schmerzen zu lindern, um Bewegung und Belastung wieder möglich zu machen und somit den Knorpelstoffwechsel anzuregen. Zur Schmerzlinderung können Wärme- oder Kälteanwendungen, Elektrotherapie, manuelle Therapie oder detonisierende Maßnahmen eingesetzt werden. Zur Verbesserung des Knorpelstoffwechsels eignet sich aktives und passives Bewegen im Wechsel mit Druckbelastung und Entlastung. Um die Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern, werden manualtherapeutische Behandlungen sowie Eigen- bzw. Fremdmobilisationen zur Anwendung kommen. Um die Gelenke weiter zu entlasten, empfiehlt es sich, die angrenzenden Muskeln in ihrer Kraft und Kraftausdauer zu trainieren. Um das inter- und intramuskuläre sowie das neuromuskuläre Zusammenspiel zu fördern, eignet sich Sensormotorik-Training sehr gut. Wichtig ist auch das Patientenmanagement und die Patientenaufklärung sowie die Förderung und den Erhalt der Selbstständigkeit. So können Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen explizit geübt werden. Zeigen konservative Maßnahmen keine Besserung, so können operative Therapiemethoden in Anbetracht gezogen werden. Es gibt hier die Möglichkeit des Microfracturings, der Knorpeltransplantation und als letztmögliche Lösung das Einbringen einer Totalendprothese, im Volksmund auch künstliches Gelenk genannt. Bevor ich mit dem diätologischen Teil beginne, möchte ich euch noch den Unterschied von Arthrose und Arthritis erklären. Die Arthrose bezeichnet einen degenerativen Vorgang, während die Arthritis ein entzündlicher Prozess ist. Im Rahmen einer normalen Arthrose kann es zwar zu einer aktivierten Arthrose, also einer Entzündung kommen, aber Grundlage dafür ist eben die Arthrose. Bei der Arthritis findet eine Entzündung im Gelenk statt, ohne dass eine Arthrose vorherrscht. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Rheumatoidenarthritis oder bei Borreliose. Und möchte ich euch darüber informieren, was die Ernährung bewirken kann. Übergewicht zu reduzieren ist der erste Schritt, um die Gelenke zu entlasten. Weiters greift man zu den ernährungstherapeutischen Maßnahmen für Rheumeerkrankungen. Eine einheitliche rheumatische Diät gibt es zwar nicht, allerdings ist es durch einige ernährungstherapeutische Interventionen möglich, die Problematik zu lindern. Betroffene berichten von einer Verschlimmerung der Symptomatik unter anderem beim Konsum von Fleisch, Wurst, Weißmehl, Zucker und Alkohol, wohingegen eine subjektive Verbesserung bei überwiegend pflanzlicher Kost, hoher Rohkostzufuhr und häufigem Konsum von Vollkorn beobachtet wurde. Ich habe hier ein paar konkrete Beispiele davon, was man vermeiden sollte, nämlich wie gesagt Wurst, Weißmehl, Alkohol und auch ein paar Positivbeispiele, nämlich pflanzliche Ernährung und Vollkornprodukte. Die Verbesserung der Symptome wird durch eine Änderung im Eicosanoidstoffwechsel bewirkt, aufgrund der geringen Mengen an Arachidonsäure. Bei Eicosanoiden handelt es sich um langätige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die in drei Serien eingeteilt werden. Ich habe hier eine grobe Übersicht des Eicosanoidstoffwechsels zusammengestellt. In akut entzündeten Gelenken finden sich Eicosanoide der Serie 2, die aus Arachidonsäure gebildet werden und mit Entzündungen und Schmerzen in Verbindung stehen. Je mehr Arachidonsäure zur Verfügung steht, desto mehr pro-inflammatorische Eicosanoide werden gebildet. Die Umwandlung von Linolsäure zu Arachidonsäure spielt eine geringe Rolle. Arachidonsäure befindet sich aber in tierischen Produkten. Besonders viel enthalten Schweineschmalz, Eigelb, Thunfisch und Kalbfleisch, sodass die Produkte in der Therapie gemieden werden sollten. Fischöl hingegen kann die Entzündungsreaktionen positiv beeinflussen. Es enthält langätige Omega-3-Fettsäuren, vor allem Eicosapentaensäure, aus der Arachidonsäure der Serie 3 entstehen, die die Umwandlung von Arachidonsäure in Eicosanoide hemmen und somit entzündungshemmend wirken. Fisch sollte bei diesen Patienten also häufig auf dem Speisebrand stehen, besonders jene in der Tabelle. Hier seht ihr auch verschiedene Fischarten und Varianten, die euch zeigen sollen, wie man den Fisch auf unterschiedliche Weise in den Speiseplan einbauen kann. Ähnlich wie beim Knorpel gibt es gewisse Reize, die für den Erhalt und den Aufbau des Knochens wichtig sind. Beim Knochen sprechen wir vom Kompressions- bzw. dem Druckreiz. Knochen baut sich entlang der einwirkenden Kraftlinien auf, um dort größtmögliche Stabilität zu gewährleisten. Fehlt dieser Belastungsreiz, so sieht auch der Knochen keinen Anreiz dazu, dort für Stabilität zu sorgen. Wie bereits erwähnt, werden Arthrose-Patientinnen und Patienten oft inaktiv und können nur einmal sehr wenig belasten. Daher fehlt euch hier dem Knochen der spezifische Kompressionsreiz. Die Belastbarkeit des Knochens wird abnehmen und es entsteht beispielsweise ein erhöhtes Frakturrisiko. Knochen besteht zu 60% aus Calcium-Salze, zu 30% aus Kollagen und zu 10% aus Wasser. Die Ernährung und der Stoffwechsel erfolgt über das Gefäßsystem. Das heißt, Knochengewebe ist sehr gut durchblutet und auch sehr gut innerviert. Obwohl der Knochen eine sehr harte und unelastische Struktur ist, weist er aufgrund seiner Zusammensetzung ein gewisses Maß an Flexibilität auf. Beim Knochen unterscheiden wir drei Zelltypen. Die Osteoplasten sind für den Knochenaufbau verantwortlich und wandeln sich dann in Osteozyten um, die für den Erhalt des Knochens zuständig sind. Der dritte Zelltyp sind die Osteoklasten, die für den Knochenabbau zuständig sind. Wie bereits erwähnt, ist die Druckbelastung für den Knochen von größter Bedeutung. Diese Belastung führt zu einem piezoelektrischen Phänomen, was die Osteoplasten zum Knochenaufbau anregt. Aus physiotherapeutischer Sicht versuchen wir die Patienten im schmerzfreien Bereich zu belasten. Dies kann Training mit dem eigenen Körpergewicht, Stabilitätstraining oder Krafttraining umfassen. Alle genannten Interventionen führen zu einer höheren Mineralisierung und zu einer vermehrten Stabilität des Knochens. Jetzt möchte ich euch wieder den Einfluss der Ernährung erklären. Hier seht ihr einige Lebensmittel, die mit dem Knochenstoffwechsel verknüpft sind. Auf die Gründe dafür werde ich in kurzer Zeit eingehen. Nicht zuletzt beansprucht zusätzliches Gewicht die Knochen, sodass es besonders wichtig ist, deren Stabilität zu fördern. Bereits Ernährungsleihen wissen, dass starke Knochen eine ausreichende Calciumversorgung benötigen. Den wenigsten ist jedoch bekannt, dass auch Vitamin D eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel spielt. Der Vitamin D Bedarf liegt bei Erwachsenen bei 20 Mikrogramm. Vitamin D ist für die Calciumhomestase im Körper verantwortlich. Die Mineralisierung des Knochens wird dadurch ermöglicht. Lebensmittel enthalten Vitamin D nur in geringfügigen Mengen. Die besten Lieferanten sind Fettfische, Leber, angereicherte Margarine, Eigelb und Speisepilze. Wichtig ist deshalb vor allem auch Sonnenlicht, das bei der Bildung von Vitamin D in der Haut hilft. Calcium dient unter anderem als Stabilisator der Knochen und wird in eben diesen gespeichert. Jugendlichen und Erwachsenen wird empfohlen, täglich 1000 Milligramm Calcium aufzunehmen. Die Aufnahme wird durch Vitamin D gesteigert. Zur ausreichenden Versorgung mit Calcium sollte natürlich auch Bewegung hinzukommen, damit das Calcium in die Knochen eingebaut werden kann. Geeignete Calciumlieferanten sind Milch und Milchprodukte, Mineralwasser mit einem hohen Calciumgehalt, also über 100 Milligramm wie Astoria, Römerquelle oder Föslauer, sowie bestimmte Obst- und Gemüsesorten wie Beeren, Brokkoli und Lauch. Es ist allerdings auch zu bedenken, dass die Calciumaufnahme durch andere Nahrungsbestandteile beeinflusst wird. Phytatin, Vollkorngetreide und oxalsäurereiche Lebensmittel wie Spinat, Rhabarber, Kakao und rote Rüben wirken sich negativ auf die Calciumaufnahme aus. Wie bereits erwähnt steigert Vitamin D jedoch die Calciumaufnahme im Darm, genauso wie Präbiotika, Milchzucker und organische Säuren wie Apfel- und Zitronensäure. Für die Praxis habe ich euch noch einen Mustertag mit knochenfreundlichen Mahlzeiten zusammengestellt, die den Calciumbedarf optimal abdecken. Vielleicht könnt ihr euch davon Ideen holen. Abschauen und nachmachen ist erlaubt und erwünscht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind nun am Ende unseres Videos angelangt. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei und ihr konntet dabei einiges lernen. Tschüss! 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 Tschüss!